Na, Leute zusammen, mich hier ist wieder der Eitelahnt, heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns jetzt zusammen mal angucken, wie es aussieht mit den Zeitläufercharakteren, die wir ja im MOP Remix haben. Das wird nämlich bald enden und dort hat Blizzard jetzt endlich bekannt gegeben, wie das aussieht mit der Umwandlung. Und ich würde sagen, da gucken wir mal rein. Der ein oder andere wird sich ja schon gefragt haben, was passiert quasi mit diesem kompletten Gear, mit den Sockeln, beziehungsweise auch mit den Taschen. Man hat ja hier 36 Platztaschen und auch mit Bronze und Konsorten. Blizzard hat da wie gesagt ein kleines Statement veröffentlicht und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Als allererstes, was denke ich mal schon relativ klar wird, Mist of Pandaria Remix geht bis einschließlich 19. August und endet dann halt am 20. August um 7 Uhr. PDT, das ist glaube ich die US-Zeit, bei uns ist es quasi 22 Uhr. Also wer da noch auf den letzten Drücker was machen will, also bis 10 Uhr abends geht das Ganze quasi. Was wird dann umgewandelt? Wir haben hier schon eine kleine Auflistung. Ich habe es diesmal auch schön auf Deutsch rausgesucht, dass ich euch mit meinem Englisch verschone. Also was haben wir hier? Alle Gegenstände Währung außer Gold, ganz wichtig, also Gold behaltet ihr. Und Quests werden während des Umwandlungsprozesses von den Zeitläufern und ihrer Bank entfernt. Ihr solltet also unbedingt eure Bronze ausgeben. Also heißt, es ist alles weg bis auf das Gold. Heißt, wenn ihr nur irgendwas machen wollt im MOP Remix, sei es irgendeine Questreihe fertig machen wollt, und ihr eure Bronze noch für irgendwas ausgeben wollt, macht das vorher. Das ganze Zeug ist dann verschwunden. Das nächste, was wir haben, der Prozess der Charakterumwandlung kann einige Minuten dauern, nachdem ihr euch mit eurem Charakter angemeldet habt. Heißt, wenn das Umwandlungsgedönse losgeht, wird es halt einen Ticken dauern mit jedem Char. Wie lang, kann ich jetzt nicht sagen. Ein paar Minuten. Schauen wir mal, ob das dann der Fall sein wird. Damit die Umwandlung erfolgen kann, müsst ihr euch mit jedem einzelnen Zeitläufer anmelden. Also ihr müsst jeden Char durchloggen. Ich kenne einige Leute, die sich viele Chars jetzt in MOP Remix hochgezogen haben. Teilweise manche mit 100 Chars aufwärts. Die Leute werden wahrscheinlich Spaß haben, alle ihre Charaktere durchzuloggen. Wenn es bei allen zwei, drei, vier Minuten dauert, dann wird das alles einen Ticken Zeit in Anspruch nehmen. Also stellt euch da schon mal ein bisschen seelisch drauf ein. Charakter behalten ihre Stufe bei. Das war eigentlich vorher schon klar. Heißt, wenn ihr einen Char auf 70 gespielt habt, dann bleibt er natürlich schon auf 70. Dann haben wir Charakter erhalten Ausrüstung bis Stufe 467 für Charaktere der Stufe 70, die ihrer aktuellen Spezialisierung entsprechen. Charaktere mit niedrigerer Stufe erhalten eine ihrer Stufe entsprechenden Ausrüstung. Heißt, Max-Level-Chars 467 und alles drunter halt irgendwas dazwischen. Das ist anscheinend nur das von ihrer Spezialisierung. Heißt, wenn ihr, sagen wir mal, aktuell Ele seid und aber dann in The War Within Enhancer spielen wollt, dann solltet ihr vielleicht vorher ums Becken. Dass ihr das Enhancer Startgeek kriegt. Klar, man kann sich natürlich dann auch danach was Besseres farben, aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann skilt vielleicht vorher um. Dann habt ihr auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Dann haben wir als nächstes Charakter erhalten 4 Taschen mit 30 Plätzen mit einer Reagenzientasche mit 26 Plätzen. 26 Plätze ist, glaube ich, relativ klein für eine Reagenzientasche. 30 Platztaschen für die normalen ist eigentlich Standard. Ich glaube, die Dragonflight-Klein-Craftinger sind sogar 32, also ja. Aber auf jeden Fall behaltet ihr nicht eure 36er Platztaschen, wie viele vermutet haben. Die nimmt Blizzard einem leider weg. Dann haben wir Verlernte Sammelgegenstände. Naja, dieses Verlernte ist schlecht übersetzt. Das ist bei den Berufen auch schon eine Weile so gewesen. Das ist wahrscheinlich Nicht-Gelernte. Das kriegt Blizzard irgendwie mit der Übersetzung nicht hin. Aber egal. Also wir machen, stellen sie sich mal richtig. Nicht-Gelernte Sammelgegenstände, wie Assemble, werden an den Briefkasten des Charakters geschickt. Also wenn ihr noch ein Assemble im Briefkasten oder im Inventar oder auf der Bank habt, dann ist es quasi so, dass diese dann per Post geschickt werden. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum man die nicht lernen sollte vorher schon, aber es kann sein, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen ein Bug ist. Dann behält man die lieber. Dann kann man die vielleicht, wenn Blizzard das fixed, später noch lernen. Und dann haben wir hier Hordencharaktere, werden nach Oklahoma und Allianzcharaktere nach Sturmbrand platziert. Soweit die Punkte. Wir haben jetzt unten noch stehen, Charakter behalten das Gold, das sie in Mists of Pandaria verdient haben und erhalten ein Abschiedspaket des Zeitläufers mit einer kleinen Menge Gold, die mit dem Charakter Level skaliert und ihnen einen Einstieg in Devolve hin zu erleichtern. Heißt, es gibt noch ein bisschen extra Gold. Wie viel das ist? Wir haben keine Ahnung. Ich hoffe ein paar Tausend zumindest. Und nein, ihr braucht euch nicht einen Haufen Level 1 Charts machen, weil wie es drin steht, das Ganze skaliert. Jetzt noch einen kleinen Bonus-Tipp von mir für die Leute, die jetzt vielleicht wie ich auch Sammler sind. Vielleicht habt ihr auch selbiges Problem wie ich. Ich zeige es euch jetzt einfach mal in All Things. Und zwar, ähm, es gibt nämlich hier, ähm, Upgrade-Stufen für die Waffen, die man damals aus SOO gekriegt hat. Und, ähm, da gibt es quasi einen Händler, ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil ich schon eine Weile nicht mehr in einem OP-Remix, Ah, das ist der Händler, der euch, ähm, quasi diese Waffen verkauft. Und es ist so, vielleicht hat der ein oder andere auch folgendes Problem, dass im Upgrade-Stufen hier noch angezeigt werden von der Waffe. Bei mir ist es, ähm, die Stangenwaffe. Höll, Schreis, Schweinestecher, schimpft sich die. Und, ähm, hier ist es so, man kriegt nämlich die ganzen HC-Varianten. Und, ähm, wenn ihr damals in MOP eine höhere Variante hattet, also, ähm, ähm, wo haben wir es drin? Das müsste unter, ach, die werden hier nicht aufgezeigt. Ja, aber, äh, die App-Stücke, ne, werden im Retail-View ja angezeigt. Ich habe die Mythic-Version, vielleicht hat ja auch einer von euch eine Mythic-Version. Äh, dann könnt ihr quasi die HC-Version nicht lernen, weil die Mythic-Version, äh, quasi die HC-Version überschreibt. Und jetzt hier für All the Things, ne, kann ich jetzt die HC-Version nicht lernen. Bedeutet, ähm, eventuell könnt ihr die Waffen mitnehmen und dann für euer All the Things, fürs quasi Abhaken, diese Waffe mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher, in dem Artikel hieß, Assemble werden quasi mit rübergenommen. Warum? Vielleicht auch die Erbstück-Waffe, ich weiß es nicht. Das Problem ist, die, ähm, Upgrade-Items gibt es nur im Retail und das HC-Grund-Item gibt es nur im HC. Wenn ich es jetzt kaufe, wird es aber nicht gelernt, weil ich die Mythic-Waffe schon habe. Ich kann euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es funktioniert, aber das wäre so eine Sache, die könnte man auch testen, dass man quasi, ähm, das Zeug immer ins Inventar legt und versucht, das so rüberzukriegen. Im Endeffekt, wahrscheinlich fliegt es hier eher aus dem All the Things raus, aber fürs bessere Gefühl hat man noch ein paar, äh, T-Mock-Vorlagen mehr gesammelt oder zumindest ein paar Upgrade-Stufen und ja, das ist so die Geschichte, die ich vielleicht nur aus dem Ganzen mitnehme. Und ja, das war's dann eigentlich soweit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über das Ganze denkt. Ich hoffe, äh, man kriegt wenigstens ein bisschen Gold noch raus auf meinen Remix-Char. Viel hat man im OP-Remix ja nicht verdient, ne? Ich hab hier 21k gemacht in der Zeit. Ich denk mal, äh, die Charakter-Level bzw. die Charts, die man dann rüberholt, sind das, äh, ja, das, was sich am meisten gelohnt hat. Das Gold wird wahrscheinlich nicht viel sein, auch bei diesem Zusatzpaket, was bei so einem da zur Verfügung steht. Jutti, das war's mit einem kleinen Übersichts-Video. Habt mir viel Freude, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao!